So komme, was da kommen mag, solang du lebest, ist es Tag. Und geht es in die Welt hinaus, wo du mir bist, bin ich zu Haus. Ich sehe dein liebes Angesicht, ich sehe die Schatten der Zukunft nicht. In der Mitternachtsstunde zwischen dem 14. und 15. September 1817 war ein stark Gewitter über Husum. Trotzdem lag irgendwo in der Gasse, auf irgendeines Bürgers Kellerluke, der junge Advokat Johann Kasimir Sturm. In einer Angst, mit der er sich nicht zu helfen wusste. Denn sein schönes junges Weib lag daheim in Geburtsschmerzen, von jeder Art hilfreichen Händen umgeben, die er durch die Seinen zu vermehren nicht imstande war. Das war meine Geburtsstunde. Das Kirchenbuch und meine Mutter streiten sich, ob sie in der 14. oder 15. des Monats gefallen sei. Meine Mutter behauptete energisch den 14. und ich glaube ihr mehr als dem alten Probsten, der in seinen Konfirmationsstunden die Bescheidenheit dadurch illustrierte, dass man bei Café Visiten nicht das sechste Stück Zucker in seine Tasse tue. Kommen Sie mal hier mit durch. Ja, danke. Also hier ist unser Hauptarchivraum, da sind die ganzen Bücher voll und über Sturm. Und was suchen Sie, was kann ich für Sie tun? Ich habe was nämlich für die Hebelmannbücher. Dann zeige ich Ihnen mal den kleinen Hebelmann, den die meisten Leute kennen. Ja, das ist meine Lieblingsausgabe gewesen. Ich bin Vivian. Theodor Storms Literatur ist mir seit Kindheitstagen vertraut. Meine Eltern lasen mir oft zum Einschlafen den kleinen Hebelmann vor. Es wurde zu meinem Lieblingsbilderbuch, das ich immer und immer wieder angeschaut habe. Heute studiere ich Literaturwissenschaften in Hamburg. In einer Seminararbeit beschäftige ich mich nun mit dem Leben und Werk von Theodor Storm. Meine Recherchen beginnen in Husum. Da heißt er dann Jaco. Ja. Das steht den Übersetzern dann natürlich frei. Mit Hebelmann können die Engländer und Franzosen wahrscheinlich nicht so viel anfangen. Das steht den Übersetzern dann natürlich frei. Aber jetzt ist es das, was ich was für Sie dieses Übersetzern was. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020